Hey und ho, jetzt geht's weiter mit unserer Mausefalle. Die alten Klapper-Models, die wollen wir hier mal so richtig auseinander nehmen. Ich hab eine glorreiche Idee gehabt. Ich glaube, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so Halbsteine einziehe und mich dann da drauf stelle, dann können die mich wirklich nicht mehr treffen mit ihren Fallen. Ich glaube nämlich, die treffen mich. Ich weiß es nicht. Aber ich hab dazu ein Gefühl, dass es irgendwie nicht so reicht, wenn ich jetzt hier so stehe. Die sind ja hinterhältig, die Biester. Ich will auch hoffen, dass die jetzt alle schönartig brav da drinnen spawnen und nicht hier irgendwie außenrum noch irgendwie erscheinen. Überhaupt brauche ich jetzt eben hier vorne eine Tür einbauen. Nee, eher nicht. Vielleicht doch eher hier. Das, glaube ich, diesen Bereich, den mache ich echt zu. Der ist mir so unheimlich, weil ich auch weiß, was da für unglaubliche Tunnelsysteme noch lauern. Es ist spektakulär. Wollen wir mal gucken. Das ist mal total unheimlich. Da kann man ja noch eine Tür mal einbauen. Ach, ich klicke mir jetzt aber auch einen zurecht hier. So, jetzt ist das hier wenigstens mal abgesichert und jetzt können wir hier auch noch ein Fackelchen hintun. Und dann tun wir da auch noch ein Fackelchen hin und dann ist das alles wunderschön. Und dann hier auch noch eine. So. Guck mal, da kann man doch hier direkt eine Tür einbauen, oder? Ist ein wenig unglücklich. Ob wir das lieber hier... Ja, ist schon besser. So. Ich hatte mir auch schon eine hergestellt. Richtig planmäßig gehe ich hier wieder vor. und eine Bodenplatte hier so eine... Was? Eine Druckplatte habe ich auch dabei. Tun wir mal die Druckplatte dahin. Hilfe! Jetzt bin ich im Spawner! Äh, ja. Gut. Testen wir den mal. Das wird knapp. Und tschüss. So, jetzt wollen wir mal gucken. Na? Schießt du mich? Schießt du mich so? Auch nicht. Aber ich dich... Ich glaube, es funktioniert. Hallo, Leute. Jetzt könnt ihr euch auch mal hier so ein bisschen... Oh, 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 aua. Ah, super. Tan-tran-tran-tran-tran. Jawohl. Juhu. Plopp. Ey, das geht ja gut. Ich meine, klar ist jetzt nicht die Schönheit von Monsterfalle, ne? Aber, äh, zweckmäßig. Und man hat halt was zu tun, wenn man hier... Wenn man... Man muss ja... Das ist ja... Man muss ja sowieso die ganze Zeit sich in der Nähe von so einer Falle dann aufhalten. Oh, da habe ich noch eine Fackel drin vergessen. Vergessen. Was macht ihr da? Ach, die beschießen sich selber. Auch nicht schlecht. Komm, mach das mal nicht, weil dann kriege ich die Punkte nicht ab. So. Man muss sich eh in der Nähe aufhalten und hat da nichts zu tun. Äh, ja, aber jetzt haben wir was zu tun. Ach, hier habe ich noch gar nichts zugemacht, was aber nicht wichtig ist. Hm, da komme ich nicht ran. Da komme ich immer noch nicht ran, doch. So. Das ist ja super. Hallo, Skitty. Naja, äh, gefährlich ist es auf jeden Fall. Boah, und ich kann endlich wieder Pfeile sammeln. Ich glaube es ja nicht. Ist es denn die Möglichkeit? Ja, nun komm, hast du mich nicht gesehen? Sollen wir hier oben Glasscheiben reinbauen? Ist das vielleicht besser? Können die nicht durch Glasfenster gucken? Ist doch möglich, oder? Ist doch alles so blöd hier so. Jawohl, ja, guck. Haha. Tralala. Zack. Klar, und man hat Verschleiß von Waffen, ne? Das ist, ist natürlich auch klar. So, ich mache hier einfach mal so ein bisschen irgendwas. So hässlich hier so. Alles mal begradigen. Und dann muss ich auch noch, ich habe Föhnstein geholt, war sogar noch was im Ofen. Und da werde ich dann gleich mal die Strecke hierhin so ein bisschen ausbauen. So. Weiß ich auch nicht, vielleicht so, da sogar bis so da ran, dass man hier so hingeht und dann... Hallo? Ne, das scheinen die einen nicht zu entdecken, erst wenn man hier so unten ist. Okay. Oh, das ist aber eine Menge. Ja, das ist ja... Wie auf dem Laufsteg hier. Die Klapper-Models, die dünnen. Hm? Ja, komm. Zeig doch mal hier so richtig. Mach mir mal den Bruce. Zack. Obwohl, lieber nicht. So. Und Knochen auch. Die Knochen könnt ihr eigentlich gerne behalten. Habe ich doch genug von. Da rieche ich einfach... Oh, da... Es ist doch ganz schön gefällig. Ich muss schon ein bisschen aufpassen, ne? Also... Boah, Leute, ich sammle hier Pfeile ein. Warum heile ich mich nicht? Warum heile ich mich nicht? Warum heile ich mich nicht? Hallo? Ich hab doch noch... Ich hab doch erst... Ein Hüngerchen. Bin ich irgendwie vergiftet? Geht das nicht in der Nähe von Fallen? Keine Ahnung. Also... Jetzt läuft's wieder. Das war doch jetzt aber nicht so richtig wirklich. So, die beiden noch. Und dann... Oh. Die beiden noch. Und dann mach ich erst mal den Weg fertig. Dann bin ich erst mal hier glücklich. Schon Level 11. Ja, du auch noch. Okay. Wenn du so aufdringlich bist, dann hast du was davon jetzt. Jetzt ist aber Schluss. Schnell weg. Äh... Schönstein. Schönstein. Ich lach mich kaputt. Ja, das ist doch gut. Früher waren die natürlich etwas schöner, die Mause... Aber ich sag immer Mausefall, ne? Die Monsterfalle. Ich hab übrigens noch eine Idee für eine Monsterfalle, die ich gerne bauen würde. Weil das auch lustig ist, Spaß macht. Verrate da noch nichts zu. Ich hab das früher schon mal gebaut. Ganz am Anfang in meiner Let's Show Welt, wie man sie heute nennt. Im Königreich Wiesenfels. Da vorne war, glaub ich, noch eine Lücke. Ja. So, ist das schon schön stimmig. Hier hab ich dann jetzt auch die Treppe schon fertig. Und dann ist man nämlich schon immer da. Das ist ziemlich cool. Äh, ich wollte mir mal eben noch ein, äh... Ach, ich küsse, ne köpfe ich ganz durcheinander inzwischen. Das könnte ich aber wirklich mal alles hochbringen. Ins Haus. Haben wir ja so einen schönen Lagerraum. Äh, mit viel Platz. Ach, ich hab doch alles in der Tasche. Was ich brauche. Ich brauche noch ein Schwert, wollte ich mir mal eben. Ich hör da schon wieder, das Geplätscher. Also, hm. Irgendwann werd ich da auch mal nachgucken gehen. Wo denn das Wasser ist. Aber jetzt nicht. Was hab ich denn an Pfeilen schon zusammen? 22... Was? Viel. Viel. Oder Pfeil. Peil oder so, ne? Eins, zwei, drei. Und dann nehmen wir mal... Bauen wir uns, sag ich mal, einen Bogen. Die Kiste steht da wirklich denkbar ungünstig. Für so Leute wie mich. So, haben wir auch endlich wieder einen Bogen. Haha. Und 22 Pfeil. Ich lass den Tunnel jetzt, glaub ich, erst mal in zweier Höhe. Das soll ja nicht in Arbeit ausarten. Was hab ich noch an Stein? Ja, das geht auch noch. Da mach ich die Wand noch schön. Weil dann aufkloppen kann ich immer mal zwischendurch machen. So. Na, schon ein bisschen duselig hier, so. So, was haben wir denn jetzt hier? Da könnten wir doch eigentlich eins, zwei... Da könnten wir doch eigentlich schöne, sanfte Slap-Stufen einbauen. Dann rumpelt das nicht immer so beim Rüberlaufen. Na, die Models, die gucken auch schon wieder ganz wollüssig zu mir rüber. Aber ich bin natürlich hart. Ich bleib hart. So. Ja, vielleicht so doppelt. Ah, nee, dann hätte ich das direkt auch hier doppelt machen können. Machen wir auch mal so. Auf die pragmatische Art. Hier noch einmal ein bisschen die Decke etwas korrigiert. Und da kann man doch wirklich sehr schön rumlaufen. Unten liegen noch Ressourcen. Ey, Gold hab ich noch sehr viel gefunden. So. Was ist? Wollt ihr sterben? Nochmal. Ich brauch noch ein paar Pfeile, Jungs. Lass mal ein paar Pfeile da liegen. Oder Mädels. Oh. Ja, bringt dann die Jungs mit. Komm. Kumpels können auch alle ankommen. Ich bin hochkonzentriert. Ihr merkt das schon. Ist keine einfache Sache. So. Ah, zwei Pfeile. Ja. 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 Guck, guck. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Komm. Wir brechen das ab. Und, äh. Wir haben Slimes, sag mal, gefunden. Hab ich schon hochgebracht. Hab ich nicht vergessen. Und, äh. Da können wir diesen Höhlenausflug jetzt hier eigentlich auch erstmal wieder beenden. Ich komm hier sowieso in so Drehpausen immer wieder gerne runter zum Buddeln und zum Weitererkunden. Und da fallen mir immer auch viele neue Sachen bei ein. Wollen wir erstmal gucken, dass wir uns die Taschen vollladen mit allem möglichen Zeug. Und, ah, die Platte natürlich auch. Ah, die geht auch schon alles wieder voll in der Tasche. Komm, Redstone brauchen wir nicht so dringend. Tun wir das mal so. Ach, der Eimer könnte auch mal mit. Das Padenfackeln lassen wir ruhig hier stehen. So, Taschen voll. Also mit dem Laufen oder beziehungsweise Sprinten hab ich noch so meine Probleme. Also das ist einfach nicht die ideale Lösung. Man sollte eigentlich noch eine Zusatztaste drücken irgendwie und dann müsste der Sprinten. Aber dieses Doppelklicken, da bleibt man immer erstmal stehen und, äh, ich hab da immer meine Anlaufschwierigkeiten. So, hier hab ich noch Schönstein nachgeladen, da mir jetzt natürlich überhaupt nichts bringt. Hier noch alles voll, ne. Also, ach, das ist ja ein riesen Aufwand, das jetzt alles rüber zu schleppen. Die ganzen Gleise und alles. Hm. Guck mal lieber hier oben nochmal kurz rein. Ob ich hier noch vielleicht, ach, guck mal hier könnte ich vielleicht mal eben ein wenig den restlichen Schönstein verbauen. Oh, draußen ist eh dunkel. Das wollte ich gerade mal wissen. Da schon wieder, aber er rennt einfach nicht. So, jetzt. Ich steck mir nämlich jetzt einfach noch was von dem Schönstein ein. Du meine Güte, das ist ja vielleicht blöde hier. Das sollte ja schon reichen. Und repariere mal ein wenig noch diese komischen Stellen. Wobei ich nicht weiß, ob ich das nicht vielleicht noch mal ein bisschen mehr verkleiden soll mit Holz und alles. Das ist aber jetzt aber hier nur so eine Nebentätigkeit. Dann hat man den Tunnel auch mal schön. Da, diese Ecke, da weiß ich auch nicht. Da ziehe ich, glaube ich, einfach mal Glas rein und begrüne das alles da drin. Hängen da so Bäume rein und Glowstone und sowas. Draußen hat's geschneit. Vorhin stand ich auch in irgendeinem Lava-Schacht, wo auch ein bisschen Schnee so runterfiel. Also von außen. Also ich weiß auch gar nicht, wo das war. Mal drauf aufpassen, wenn wir draußen irgendwie rumrennen, dass wir da mal irgendwie, wo Lava ganz tief runterfließt. Ja super, ich verschwende hier den Schönstein, dass es nur so eine Freude ist. Fußboden, auch noch nicht schön. Also los. Volles Inventar. Das lobe ich mir. Und mal wieder Feuerstein, also. Wieso war das da oben gerade noch Nacht und jetzt ist es da schon Tag? Das sieht einfach nur so dunkel aus, ne? Na gut. Äh, okay, okay. Es ist gar nicht schlecht, die Idee mit der Begrünung hier und irgendwelche komischen Bäume da reinstellen. Keine Ahnung. Ja, ja. Die Schluchten mag ich. Die haben ihren Reiz. Gut, jetzt habe ich die Taschen voll. Jetzt renne ich aber auch wirklich nach oben. Ihr seid bestimmt auch dankbar. Es gibt mal wieder frische Luft. Wie hier unser wunderschöner angefangener Redstone-Kanal. Da sollen dann Pistons rein. Jetzt muss ich auch erstmal die Taschen leeren. Macht hier nicht so ein Radau, Leute. Uhuhu. Juhu. Zack, zack, zack. Ne, wo gehe ich hin? Was habe ich denn hier? Äh, Hölzer. Hölzer. Da kommen Hölzer rein. Ja. Dann haben wir hier Mobs. Da kommen Knochen rein. Und Sprengstoff. So. Kostbar sind Schallplatten. Und was haben wir denn hier? Zum Beispiel Kohle und Eisenerz. Eisestaff. Furstin. Furstin heißt es wie Feuerstin. Feuerstin. Grint. Grint ist gut. Grint. Das ist doch ein geiles Wort. Grint. Seit ewigen Zeiten habe ich nach den richtigen Bezeichnungen von Schotter gesucht. Ist doch klar. Grint. So. Ähm. Steingut. Da kann der Schönstein rein. Da kann hier so Stufenzeugs. Und Slaps. Können da rein. Dann haben wir da oben noch Koppelstein. Grafling Kiste. Da kommt der Eimer rein. Und hier. Die fertige Kisten. Ja. Da haben wir ja so. Oh. Elf Stück haben wir jetzt. Gut. Übrigens ist hier vielleicht wieder Kundschaft. Nein. Alles ist gut gegangen. Ähm. Was habe ich noch. Äh. Was habe ich noch hier essen. Ne. Essen habe ich eigentlich. Ne. Ne. Vielleicht muss ich mal wieder was einstecken. Oh. Ich muss auch mal wieder Schlachtfest machen. Ich muss auch mal wieder Schlachtfest machen. Also. Alle Vegetarier und Tierfreunde. Ne. Tut mir ja leid. Aber. Äh. Was sein muss. Muss sein. Dann haben wir Grint. Kommt ins. Grint kommt ins Erdreich. Hehe. Gut. Aber ein bisschen nehmen wir ja immer mit. So. Huch. Andersrum. Arde. So. Und dann machen wir hier noch den. Letzten Stack. Koppelstein. Guckt euch das mal an. Wir müssen unbedingt eine Ritterburg bauen. Oder sowas. Hehe. So. Ja. Schön. Was habe ich gesagt? Schlachtfest. Schlachtfest. Oh. Mein Gott. Was machen denn unsere. Kakteen sind fertig. Das ist ja cool. Touch. Au. Passiert mir doch immer wieder. Ja. So. Jetzt kommen wir aber auch mit dem Farbstoff hin. Und dann machen wir mal den Fußboden fertig. Auch schon vor Urzeiten war das geplant. Naja. Das stimmt auch wieder nicht. Zwei Folgen her oder so. Ne. Apropos. Habe ich denn eine Schere? Habe ich die ganze Zeit. Habe ich die Schar dabei. Super. Nein. Nein. Ach. Den muss ich doch brennen. Den muss ich doch brennen. Das ist lustig. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Dass es nicht allzu leicht geht. Also. Das finde ich ganz gut. So. Dann machen wir nämlich draußen schon mal so ein wenig unter den Schafen. Große Freude. Hopp. Das geht hier wirklich. Juhu. Juhu. Wo ist denn das braune Schaf? Da. Das hätte ich sonst vermisst. Geht doch mal weg. Geht doch mal weg. Ah. Nochmal braune Schaf. Und schwarze Schaf. Das ist immer eine Freude. Ach. Leute. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Hallo. Jetzt ist auch gut. Jetzt könnte er mich wieder gehen lassen. Du noch. Und dann ist aber Schluss. Ey. Du. Hallo. Hallo. Ich komme jetzt nicht mehr raus. Ey. Was machst du denn? Na komm. Dann gibts heute mal ein bisschen Schafsfleisch. So. Tut mir ja leid. So. Und jetzt wird gemetzelt. Dann schaut mal bitte weg. Oder. Naja. Wir können das auch auf die nächste Folge verschieben. Dann habt ihr jetzt noch mal ein bisschen Zeit. Dann könnt ihr euch auch überlegen. Ob ihr das dann sehen wollt. Oder nicht. Wenn ich hier die Tiere metzel. Meine Wildschweine. Ne. Ich habe ja schließlich auch die ganze Arbeit gemacht. Die hoch zu züchten. Also kann ich sie jetzt auch mal wieder. Zur Schnitzel verarbeiten. Leberwurst. Bauchspeicheldusenwurst. Was alles so gibt. Okay. Dann sag ich mal. Bis zur nächsten Folge. Bereitet euch seelisch darauf vor. Dass ihr viel Blut sehen werdet. Weitereicher. Weitereicher. Wirret... Uhтуgeicheldusenwurst. DDD DDD D dissoci D D